Der Friede, die Gnade und die Barmherzigkeit Jesu Christi mit euch. Heute am 1. Juni 2021 möchte ich nur ein Wort sagen. Danke! Wir bedanken uns bei euch Geschwistern, die ihr in den letzten Monaten unseren Dienst getragen habt, in Gebeten, in Fürbitten, auch in der Gemeinschaft mit uns, als wir Gott gemeinschaftlich angebetet haben, Lobpreis gemacht haben, auf Gott gehört haben, Gemeinschaft gehabt haben, so wie es in der Apostelgeschichte geschrieben steht, wie wir gemeinschaftlich auf die Straße gegangen sind und das Evangelium gepredigt haben, Wunder gesehen haben. Ja, wir danken euch für eure Unterstützung, wahrlich in eurer Liebe, aber auch mit euren finanziellen Zugaben habt ihr diesem Dienst erst ermöglicht, zu bestehen und weiterzugehen. Denn Gott hat uns gesagt, wir sollen uns nicht auf Menschen verlassen, sondern nur auf ihn. Er hat uns gesagt, wir sollen ihm vertrauen und uns komplett unabhängig machen von Kirchen, Gemeinden, Institutionen oder irgendwelchen Gesellschaften. Und so vertrauen wir bis heute, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat darauf, dass Gott uns weiterhin versorgt. Und er tut es auch durch unsere Geschwister. Daher danken wir euch für eure Liebe, ja, für euren Gehorsam. Denn manch Zahlung ging wirklich auch in letzter Minute ein und war oft ein Wunder. Und wir kennen Gott. Gott kommt nie zu spät, auch wenn es für uns Menschen schon zu spät ist. Gott weiß, was er tut. Und daher wissen wir, dass Gott gewirkt hat durch unsere Geschwister. Wir wollen euch danken. Gott segne euch mächtig. Der Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und so lasst uns weiterhin unserem Gott, diesem Herrn Jesus Christus, unserem Heilern und Erlöser weiterhin dienen und in seiner Vollmacht das Evangelium predigen. Daher lasst uns gemeinsam weiterhin mutig und unverzagt sein. Servus aus Niederbayern.